Die GFM StarCore Dein Promi ruf an und du sanst ab Sven Hannerwald aus München Sven Skispringer Hannerwald Jawoll Ach! Ja! Schieß los, was kann ich dir Gutes tun, warum meldest dich etc. pp. Weil mein Kumpel mir Bescheid gegeben hat, dass es bei euch irgendwie ein Gewinnspiel gibt und er noch eine Waschmaschine und einen Trockner braucht Wie heißt denn dieser Kumpel, wie alt ist der und woher kommt der? Manuel Hornig, ähm, alter weiß ich jetzt nicht, aus Rhein-Zabern Das ist die Ecke Kaiserslautern, oder? Irgendwo, ja genau Wunderbar Und deswegen lässt du dich beim BigFM StarCore anrufen, großartig Ist doch cool oder nicht? Immerhin ist angemessen Ich find das lustig, hab ich noch nie gemacht sowas aber irgendwie fand ich es lustig, weil ich ihn ähm, kennengelernt hab jetzt in der Reha in München da war und der hat mich jetzt angerufen